Marsha Richards Na ihr Schnuckis, manchmal wenn ich Menschen erzähle, dass ich Poetry Slam mache, fragen sie mich, ja du machst bestimmt Lyrik, du bist eine Frau, du machst Lyrik, Liebeslyrik, dann sage ich nein. Ich gebe euch ein kurzes Beispiel, warum ich keine Lyrik mache, also erstens, weil ich nicht kann. Und zweitens, wenn ich es versuche, kommt so etwas wie das folgende Elfchen raus. Penis und Vagina sind zwei Geschlechtsteile, die gut ineinander passen. Sex, so das ist das Elfchen, deswegen schreibe ich keine Lyrik, also keine Liebeslyrik, sondern ich schreibe Hassprosa. Hauptsächlich schreibe ich diese Texte, um meinen Hass rauszulassen und nicht an meinen Mitmenschen, damit ich einfach noch Freunde habe. Freunde sind sehr wichtig im Leben. Aber folgender Text richtet sich gar nicht gegen Menschen, sondern gegen den Herbst. Ihr habt alle bestimmt sehr gefroren. Ich hasse den Herbst. Deswegen, dieser Text ist für alle, die den Herbst so schön finden, aber schon Mitte September die Heizung anmachen, weil es plötzlich so kalt ist. Oh, der Herbst ist so schön mit seinen bunten Blättern und alles verändert sich. Ja, alles verändert sich, alles stirbt langsam ab und wird kahl. Der Herbst will sein kahl werden, nur mit den schönen bunten Blättern übertünchen. Wir alte Männer, denen die Haare ausfallen und die deswegen Haarimplantate, bunte Sackos und zu enge Jeans tragen, damit das nicht so auffällt. Der Herbst ist ein lächerlicher alter Mann, der sich Botox spritzen lässt und Make-up trägt, der aber trotzdem langsam vor sich hinsiecht und irgendwann stirbt. Und das in aller Öffentlichkeit. Der Herbst ist Wolfgang Job. Ja, aber der Herbst ist doch voll schön, wenn die Sonne scheint. Goldener Herbst und so. Bitch, please, alles ist schön, wenn die Sonne scheint. Sogar Hitler und Voldemort werden im Sonnenlicht gleich mal so richtig sympathisch. Zwei cute hotte Boys, die dir den Kopf verdrehen. Aber der Herbst verarscht uns doch nur mit seiner Kacksonne. Er suggeriert uns seinen angenehmen, goldenen Herbsttag und dann geht man raus und friert sich den Arsch ab, weil es schon fast Minusgrade hat. Und dann steigt man zitternd in die Straßenbahn und schwitzt. Und dann steigt man aus und die Schweißperlen auf der Stirn gefrieren beinahe, die Nase läuft und man wird krank. Aber nein, nicht so richtig krank, nur so halb, weil der Herbst ein unentschlossenes Arschloch ist wie dieser eine Typ, der sich einfach nicht zwischen dir und deiner Schwester entscheiden kann. Man wird gerade so krank, dass die Nase bis Weihnachten durchgehen, läuft aber nicht krank genug, um nicht in die Uni gehen zu können. Und wenn die Sonne nicht scheint, es ist kalt und grau und feucht, als würden eine Million der Mentoren draußen rumschweben. An dieser Stelle wollte ich eigentlich feuchter als seine Mutter, wenn sie die Wahlplakate von Christian Lindner sieht, sagen. Aber dann hätte ich sie als FDP-Wählerin beschimpfen, das geht ein bisschen zu weit. Während man sich jetzt jahrelang gegen die mütterlichen Weisheiten gewährt hat, stopft man sich das Top in die Hose, damit die Nieren schön warm bleiben und hört Mutter irgendwo leise, hämisch und triumphierend lachen. Damit man keine Halsschmerzen bekommt, muss man sich einen Schal anziehen, obwohl man ohne eigentlich schon genug am Hals hat. Und solange es kein Butterbier zum Aufwärmen gibt, kann ich den Herbst eh nicht ernst nehmen. Ja, aber dann gibt es bei Starbucks endlich wieder den Pumpkin Spice Latte und den gibt es echt nur im Herbst. Ich habe noch nie einen Pumpkin Spice Latte getrunken und führe trotzdem ein glückliches Leben, ihr Pisser. In meinen Kaffee gehört kein Kürbis, in meinen Kaffee gehört Kaffee mit Kaffee. Und dann ist dann noch Halloween. Wenn ich Zombies sehen möchte, gucke ich mir The Walking Dead an oder stelle mich morgens vor die kleine Kneipe und schaue mir die Gestalten an, die da raus wanken. Da brauche ich keinen amerikanischen Feiertag für. Seit meinem ersten Taschengeld kann ich mir meine Süßigkeit noch ganz alleine kaufen. Früher habe ich Halloween komplett boykottiert. Mittlerweile laufe ich einfach durch die Straßenkneife wildfremden Menschen in die Wange und sage, ach, das war mir eine besonders gut gelungene Halloween-Maske. Ja, aber das Laub raschelt denn so schön unter den Füßen? Nein, tut es nicht, weil es ganz schnell nass und glitschig wird. Blätter gehören an Bäume und sonst nirgendwo hin. Ich reiße meine Haare ja auch nicht aus, nur weil es ein bisschen kalter wird. Bäume sind so Jammerlappen. Herbst ist, wenn Hundehaufen im Verstecken spielen. Und wenn du Glück hast, weil der Herbst ja so toll ist, rutschst du auf dem Laub aus und landest in dem, was das Leben im Grunde genommen ist. Scheiße. Aber hey, endlich haben einfallslose Journalisten wieder ein Thema, über das sie schreiben können. 13 Tipps gegen die Herbstdepression. Ich habe keine Herbstdepression. Ich finde den Herbst halt einfach scheiße und unnötig und akzeptiere ihn nicht als Jahreszeit. Der Herbst ist ein Unfall der Natur, wie Christian Lindner. Außerdem irren im Herbst immer orientierungslose Erstsemester durch die Stadt, die direkt vor der Uni stehen und mich dann fragen, wo denn die Mensa sei. Immer dem Pommesfettgeruch nach möchte ich schreien, doch dann setze ich sie doch in eine beliebige Straßenbahn und sage, noch sechs Stationen fahren, dann müsstet ihr sie eigentlich sehen. Aber es gibt doch eine gute Sache am Herbst und damit meine ich nicht gemütliche Teeabende mit einem Buch in der Hand oder Kerzenschein oder Kürbissuppen und vor allem keine Fotos auf Instagram davon. Das Beste am Herbst, ist es, dass tausende Wespen und Fruchtfliegen einen grausamen Kältetod sterben. Und wenn ich diesen Text in meiner kalten Küche geschrieben habe, aß ich zitternd Eis, dann fick dich das System, dann ficke es zurück. Dankeschön. Applaus 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 Vielen Dank.